Und damit herzlich willkommen zurück zu Naruto Shippuden Ultimate Adventure Zone 3 Full Burst. Mit dieser Sequenz, mhm, mhm. Weil wir ja letztes Mal mit dem einen Schweizer Bildschirm aufgehört. Deshalb geht's jetzt hiermit weiter. Klingt logisch, ist es auch. Oh, richtig. Keiner hat es dir noch zu dir erklärt. Soon now. Yes, only in a few days. This world will be swallowed up in chaos. The fourth great ninja war. It will be a battle for the tail beasts. But don't worry. I won't kill the nine tails. Because I promise that you can strike the nine tails yourself. Ist auch nicht großzügig. Hm. Nonetheless, you have only just implanted those eyes. You should recuperate for a while. Stimmt. Er hat jetzt die Augen von seinem Bruder. Stimmt. Da war ja was. So, I'm finally here. At last, my plans are about to come to fruition. It won't be long now. Chapter 5. Plotting behind the scenes. So weit sind wir schon. Guck an. Kapitel 5. I see. It couldn't have been easy, but... I'm glad you finally got control of the nine tails chakra. Hat ja lange genug gedauert. Of course, he's happy that he can summon the nine tails chakra, but... It seems to me that meeting his mother was of even greater benefit to Naruto. You got the nine tails chakra without losing it. Now the problem is how are you gonna go about using it? I've stored the nine tails chakra in a different place within me. So that I'm not using it all the time. I tap into the nine tails chakra when I need it. And it makes me more powerful. Huh? Like this. This is. A quick power up with the nine tails. Sub. Huh? Hey. What is it? You really think you're hidden? You're sensing some other chakra? Yeah. Yeah, he senses another's presence that I didn't, was careless of me. I must do penance. It's not chakra. It's something else. Something bad. Coming from there. It's your blade. It appears you can sense hate and other negative emotions. Eiskalt verarscht. Hehehe. Hehehe. Katsuki! The shark guy! But how? I took you out a ways back. It was as simple as waiting for an opportunity during our battle to switch myself out for a clone. The real me has always been with you in shark skin. What? Hidden mist jutsu! Eight tails, being with you has let me gather quite a bit of intel on the ninja alliance. Friends, I'm very grateful. I'm very grateful. I'm very grateful. I'm very grateful. Is he trying to escape with that information? No way you're getting away. The waterfall of truth? Is he trying to escape with that? Is he trying to escape with that? Is he trying to escape with that? The young man struggling so during the springtime of his youth, I'm gonna be by Naruto's side. Oh, my God. Hehehe. This man can be a bit over the top. Sorry. It's all right. Let's go, Aoba! Ah, so I guess I'm going to. Da ist jemand wieder fit, würde ich sagen. Von Kotzen keine Spur mehr. Wie es bei der Anreise war. So, es hat gespeitert. Aber der Schlemmer natürlich noch nicht lust. Das wäre jetzt ein bisschen sehr, sehr schwachsinnig. Deshalb auf zum Wasserfall. Hat der Zerobacher gerade nochmal gesagt. Er freut sich sehr, dass der Gein nicht mehr seekrank ist. Wobei, war er noch seekrank war, war er wesentlich wohl gar nicht so aufgedreht. Das war der Vorteil an der Sache. Ach, diese Geräusche halt noch springen. Juhu! Oh, Gott. Hehehe. Ist das der Wetterfall der Wahrheit? Hehehe. According to the myth, wenn du hier sitzt und schluckst deine Augen, du kennst dein eigenes Selbst. Wie geht's das? Wie geht's das mal, Mann? you fool helping naruto is more important you don't have to get so mad ah or are you just afraid to face your true self hmm what do you think I'm scared yep no way fine and I'll show you I'll show you my spirit that fears no man this this weirdo is my true shape no look closely he's a katsuki das war doch perfektes timing gerade ich denke his name is kisame hoshigaki kisame hoshigaki I never thought I would meet you in a place like this art beast da kennen sie schon zwei hmm where have I seen this shark face would you mind please moving out of the way guy don't let him escape what are you doing here a katsuki you really expect me to tell you in any event I cannot allow you to escape very well I was thinking it was about time I did something about the bond between us let me slice you up with my great sword shark skin aber amante was er ist sie you can really fight aber ich bin kein kaltes beast und ich will nicht hinter einem schwarze schwarze oder ich hab echt keine ahnung was zwischen den zweiten mal vorgefallen sein soll zu tief in der verteile bin ich da doch nicht drin es tut mir leid aber es ist so soo soo warum bin ich schon was über mich das da rein und dann passt das auch soweit und dann können wir auch gleich Hild auslegen mit dem Kampf zwischen den beiden guuuuut guy gegen kisame dürfte ganz kurz schnell und spätseles gehen kampf gewinnen fänden sich angriffen im chakra weg schweinerei kampf mit unlimativen you zu beenden ok let the battle begin I feel like I've met you somewhere before don't you have any memory at all this is the third time we clashed in your face in your face you do fight like an odd beast I am the noble of lovin and no one can stop me very well then I will stop you with my power this will finish our battle get him shot open hop you rival that ninja with whom I once traded blows oh you in your face game over sieht schon sehr spektakulär aus der angriff von guy kann man nichts anderes sagen schark's teeth can't kill a wild beast remember that i said it kurz und schmerzlos you can't kill your performance you can't kill your weapons go back you should try to kill your weapons now you need to kill your weapons so check out your weapons the war that Hier sind wir noch zu weins. Na komm. Es ist vorbei, ich gewinnen. Ja, du bist wirklich ein wunderschön. Ein Ninja, das in Taijutsu ist schwer. Es ist unsere 3. Begleitung. Und trotzdem, ich habe nie gedacht, dass ich so eine Begründung wäre. Was ist das? Na gut. Obwohl Sie mich noch nicht wieder wieder erinnern können. Guy. Hast du ihn runtergebracht? Du bist unglaublich, Bushirbrow-Sensei. Du hast wirklich ihn runtergebracht. Bitte, erforscht ihn. Ich lerne seine Erinnerungen und erhebliche Intelligenz. Viel Erfolg. Ich werde die Intelligenz. Okay. Ich werde ihn verletzen. Ich werde dir helfen. Ich werde dir helfen. Du kannst noch nicht動? Warteig. Er wird versuchen etwas. Es sieht aus, dass es mir keine Erwartung ist. Aber... Irgendwie... ... ... ... ... ... ... ... ... Das sind die Infos. Ich bin Kisame Hoshigaki. Ich bin Kisame Hohigaki. Ich bin ein von den 7 Ninja-Swords. Ich bin froh, dass Sie, Itachi Uchiha. Ich habe von Ihnen gehört, dass Sie alle Uchiha-Klans haben. Ich bin froh, dass Sie alle Uchiha-Klans haben. Verzüge deinen eigenen Klan ist das Gefühl, nicht wahr? Ich bin in der gleichen Situation. Ich verstehe, wie Sie fühlst, Itachi. Sie sprechen viel. Ich weiß das. Wir sind Freunde und haben Spaß. Ich bin froh, nicht wahr? Jeder, der sich auf ihre Hand gegen ihre eigenen Brüder nicht sterben wird. Also vorbereiten Sie sich. Das bedeutet, dass Sie und ich beide entspricht? Nein. Es ist egal, wer du bist, du wirst nicht wissen, welcher Mann du bist bis zum Ende. Ja, und das scheint als so interessant zu sein bei Kisame. Jeder merkt, dass er eine echte Natur ist, in dem Moment der Tod. Sonst hätten wir die Rückblinde nämlich nicht. Denkst du nicht, das ist, was die Tod ist? Itachi. Im Endeffekt, es scheint, dass ich... Sie versuchen, noch etwas zu tun? Schau mal, alle! Nummer eins! Ein decenter Mensch, nach allem. Ein ständiger Mensch. Das war... ...eine Suizidbomb. Kurzes und schmerzloses Ende. Also, das war ein Wasserklon? Nein. Nein. Es gab keine Bewegung wie so. Es ist wahrscheinlich real. Ich denke, dass jemand stark genug, um sich mit Hitachi zu sein, kann so eine Todesfache sterben. Aber er stirbt, anstatt auf seine Beziehung auf seine Beziehung. Also, ich denke, sogar einige von Akatsuki sind zu ihren eigenen. Kisime Hoshigaki. Wie er den Namen ausspricht. Ich versuche, ich erinnere dich den Rest meiner Leben. So, und an der Stelle... ...wollte ich sagen... ...bevor wir hier weitermachen... ...mach mal einen Cut. Es ist zwar kein Speicherpunkt, aber... ...ich verspreche euch... ...ich fährt... ...bevor wir die nächste Aufnahme... ...bevor ich die nächste Aufnahme mache... ...bis genau bis zu dem Punkt... ...spielen. Und hier werde ich die Aufnahme genau starten... ...wo man daran anfängt zu sprechen, weil... ...jetzt kommt nochmal ein interessanter Pod... ...und den möchte ich gerne in eine... ...extra-Folge stecken. Deshalb... ...wollte ich sagen... ...machen wir hier an der Stelle jetzt... ...Schluss. Ich bedanke mich natürlich... ...wie immer. Recherts fürs Zusehen... ...und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin... ...hautere Heim. Tschau tschau.